Dynamo TV wird präsentiert von Verticales, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Ich drehe Glückwunsch zu einem hart erkämpften Heimsieg. Es war heute nicht immer fußballerische Feinkost, am Ende aber drei Punkte. Wie wichtig ist es, auch mal so ein Spiel zu gewinnen? Ja, sehr, sehr wichtig. Wir haben, ähnlich wie in Sandhausen, einen Gegner gehabt, der mit einer Fünferkette hinten echt tief stand und uns, sage ich mal, ab der Mittlinie erst angefangen hat, so richtig zu pressen, kompakt stehen wollte, uns das Leben so schwer wie möglich machen wollte, was sie auch in der ersten Halbzeit geschafft haben. Ja, nichtsdestotrotz natürlich überragend, dass wir das Spiel dieses Mal gewinnen, weil wir einfach effektiv waren, was letzte Woche vielleicht auch so ein Punkt war. Ja, aber grundsätzlich müssen wir noch geduldiger sein und nicht in irgendwelche Hektik verfallen, weil genau auf die Sachen haben sie gelauert und natürlich, ja, mit Kontern uns weh zu tun. Ja, tut auch, tut natürlich gut zu gewinnen. Gerade nach der ersten Halbzeit, ja, wo wir in der Kabine auch sehr angefressen waren, auch von uns selber, war das dann wichtig, dass wir kurz vor der Halbzeit das 1-1 gemacht haben und am Ende musst du solche Spiele vielleicht auch mal gewinnen. Gehört ein bisschen Glück dazu, um, ja, am Ende dann oben zu stehen. Paul, Glückwunsch zum Heimsieg gegen den HFC. War das heute die Definition eines Arbeitssieges? Ja, ich glaube schon. Gehört auch dazu. Wir wissen jetzt, dass wir das auch können, dass wir nicht nur Fußball spielen können, sondern das auch Kämpfen zu unserem Repertoire gehört. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und manchmal geht es halt in der dritten Liga auch nicht anders. Also die erste Halbzeit war, glaube ich, eine der schlechtesten, die wir gespielt haben diese Saison, muss man so ehrlich sein. Gehen dann glücklich kurz vor der Halbzeit, machen kurz vor der Halbzeit den Ausgleich und zweite Halbzeit haben wir dann deutlich besser gespielt, das Tor gemacht, hatten nicht die Riesenchance, muss man sagen, aber haben den Gegner kontrolliert und aufgrund der zweiten Halbzeit glaube ich schon, dass wir uns dann irgendwie den Sieg verdient haben. Hast du so kurz nach dem Spiel schon eine Erklärung, warum die erste Halbzeit nicht so lief, wie gewünscht? So ist es manchmal im Fußball. Ich glaube, Halle hat sich gut auf uns eingestellt, haben die Räume sehr eng gemacht. Das frühe Tor spielte natürlich auch in die Karten, konnten dann noch defensiver stehen und da mussten wir erstmal eine Lösung finden und dann geht es halt über ein Standard-Tor, so wie in der ersten Halbzeit. Und ja, so war das heute. Ich glaube, es ist jetzt so direkt nach dem Spiel schwer zu sagen. Das Erste, was mir einfällt, ist, dass wir einfach nicht mutig genug waren. Wir sind dadurch, dass Halle es einfach auch gut gemacht hat, das muss man auch ganz ehrlich sagen, haben unsere Achterräume immer zugestellt. Da hätten wir halt mehr andribbeln müssen, mehr auch ins 1 gegen 1 gehen müssen. Das haben wir nicht gemacht. In der zweiten Halbzeit dann schon. Da haben wir uns dann auch besser gelöst. Und dann hat man ja gesehen, hat sich Halle auch tiefer fallen lassen. Also würde ich sagen, wir waren einfach nicht mutig genug, haben nicht schnell genug gespielt, zu oft, zu lange gebraucht, wenn wir weiter gespielt haben oder wenn dann mal ein Raum da war. Ja, haben uns einfach so ein bisschen einschläfern lassen von denen ihrer Verteidigungsweise mit dem Tiefstehen und der Fünferkette. Aber naja. Ich weiß nicht. Also wir sind nicht so in unser Spiel reingekommen, hatte ich das Gefühl. Wir hatten nicht so unsere Abläufe direkt drin und keine Ahnung, vielleicht waren wir ein bisschen zu verkopft in manchen Situationen. Wir haben zu viel nachgedacht und ja, daran lag es vielleicht dann am Ende. Du hast dann kurz vor der Halbzeit den Ausgleich gemacht. Das ist so eine Situation, da muss ein Stürmer einfach stehen, oder? Ja, ich habe so ein bisschen gelauert, auch schon beim Freistoß vorher, das auf dem Abpraller halt. Dann kam der zweite Ball und ja, ist dann genau vor die Füße gesprungen und einer muss dann dort stehen und habe dann gelauert und ja. Das war auch genau so geplant, dass du den Ball erstmal in die Mauer schießt und dann nochmal fein servierst zum 1-1, ne? Ähnlich wie bei Thomas Müller damals, wo er sich vorher hat hinfallen lassen bei der WM, habe ich mir da abgeguckt, habe ich gedacht, schieße ich erst einen ab. Der war ein bisschen benommen und dann habe ich ihn zu butterweich hinten reingelegt. Nee, Quatsch. War ein beschissener Freistoß und habe noch am Ende, sage ich mal, das Beste daraus gemacht. Aber gehört auch dazu. Ein bisschen Glück gehabt sicher. Aber ja, morgen fragt da keiner mehr nach. Das ist 1-1 Stand und nicht 0-2 zur Halbzeit. Da hattest du einen großen Anteil dran, kurz vor der Pause. Wie hast du die Situation erlebt, wo du zweimal in Folge direkt im 1 gegen 1 warst? Ja, der bricht ja über außen durch. Juni ist eigentlich zwischen Ball und Mann. Auf einmal springt er so komisch hoch und Juni verliert den Ball am Stürmer. Einmal ist es 1 gegen 1, dann springt er eben wieder zurück am Fuß und nochmal dann das zweite Mal 1 gegen 1 Situation, wo ich dann zweimal da war. Natürlich ist das wichtig. Mich hat es auch riesig gefreut, weil das auch irgendwo hoffentlich so ein kleiner Weckruf war für die Mannschaft. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach wichtig gewesen, dass wir das 1-1 machen vor der Pause. Die zweite Halbzeit sah dann wesentlich besser aus. Woran hat das gelegen? Die Ansprache vom Trainer, der Ausgleich von Denno oder vielleicht auch die Doppelparade vorher von Trille? Was war da so der ausschlaggebende Punkt, dass ihr auf einmal anders aus der Kabine rausgekommen seid? Sicher eine Mischung aus allem. Also ich sag mal, unser Tor machen wir zu einem psychologisch sehr guten Zeitpunkt, haben dann wahrscheinlich auch das Momentum so ein bisschen auf unserer Seite. Ja und wir haben schon auch in der Kabine klar angesprochen, ob jetzt das der Trainer war oder auch wir als Mannschaft. Wir wussten ja auch, wo wir reingegangen sind, dass die erste Halbzeit jetzt kein Feuerwerk war. Aber wir haben uns halt auch gesagt, wir haben noch 45 Minuten Zeit, die Partie zu unseren Gunsten zu drehen. Wir wissen, dass wir das können, gerade mit unseren Fans im Rücken bei einem Heimspiel mit Spielrichtung auf die Kurve oder auf den Block. Und ja, dann kommen wir, glaube ich, ganz gut raus, machen schnell auch das Tor. Du merkst ja dann, dass du direkt wieder besser im Spiel bist, dass du mutiger bist und merkst ab der ersten Sekunde. Und dann haben wir uns schnell dafür belohnt auch. In der zweiten Halbzeit mit den Fans im Rücken zu Hause ist dann schon nochmal ein Unterschied, ob du auswärts so einen Rückstand hinterherläufst oder zu Hause mit den Fans. Und ich glaube, da haben wir es ganz gut gemacht. Du hast viele Tore vorbereitet in den letzten Wochen, heute das erste gemacht. Wie hat es dir jetzt angefühlt, da vor dem Kablock das Ding einzunicken, wie im Stil eines Torjägers, sag ich mal? Ja, ich glaube, die Chancen in den letzten Wochen waren ein bisschen einfacher als der heute. Aber so ist es manchmal im Fußball. Dann geht der schwerere rein. Und die einfachen habe ich liegen lassen in den letzten Wochen. Aber natürlich ist mir auch eine Last von den Schultern gefallen, was heute geklappt hat. In drei Tagen geht es schon weiter. Wie viel Kraft ist jetzt noch im Tank für 18,60? Ja, jetzt erstmal ist es wichtig, regenerieren. Die Tage, das nutzen wir jetzt. Und dann geht es Samstag direkt weiter, genau. Und da nehmen wir uns auch natürlich viel vor, wollen jetzt die englische Woche perfekt abschließen und ausruhen. Und dann geht es weiter. Ja, jetzt erstmal Eistonne und morgen auch regenerieren. Und dann schauen wir, dass wir am Samstag wieder gegen 60 bei 100 Prozent sind. Ja, jetzt gerade kracht es schon ein bisschen körperlich. Aber wir haben ja jetzt Zeit zum Regenerieren. Wir fliegen ja auch. Das nimmt auch nochmal ein bisschen Druck raus aus der ganzen Geschichte. Und ich meine, das ist ja nicht die erste englische Woche. Wir wissen ja ungefähr, was auf uns zukommt. Wir haben das bisher immer ganz ordentlich hingekriegt. Und deswegen mache ich mir da keine Sorgen, dass wir, wenn der Anschluss dann losgeht in München, dass wir dann topfit sind. Danke und viel Erfolg dafür. Danke. 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 Danke.